Mein Team in drei Worten. Aufgeschlossen, humorvoll und kundenorientiert. Ich bin Daniel. Ich bin seit vier Jahren bei Sabat Media und unterstütze das Lizenzteam als Sales Consultant. Stundenlang kann man sich mit mir über Musik unterhalten, speziell Musikproduktion oder Equipment. An der Arbeit im Lizenzteam gefällt mir am besten, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und jede Idee motiviert und uns vorantreibt. Zuletzt habe ich eine vegane Schwarzwälder Kirschmüll gebracht. Ein typischer Arbeitsalltag sieht folgendermaßen aus. Wir starten mit einem Daily, schauen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, wo vielleicht neue Anfragen eingekippt worden sind. Gutes Consulting macht aus, dass die Kundinnen und ihre Bedürfnisse verstanden werden und wir die ideale Lösung für die Kundenanliegen finden. Ein geheimnis Talent von mir ist, dass ich mir ziemlich beiläufige Fakten in einem Gespräch auf ewig merken werde. Nur nicht, wenn es mich die verloren geht. Ein unnützer Fakt, Zitronen schwimmen an der Wasseroberfläche, Limetten gehen unter. Mein größtes Learning bei Sabat Media war, dass es für jede Anfrage immer die passende Lösung gibt. Cool. We made it. Wir machen dann nochmal alles. Может? Ja? Wir machen alles. Wir machen jetzt den Juice. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.